Hier ist jetzt mit der großen grauten vocês im Hintergrund, relativ allenertos, gefragt was der versteht ist. Jo Leute, was Akum C21 Chonges ist. Ich wollte euch mal zeigen, wie so im Hintergrund aussehen Services. Wenn ich zum Beispiel so sieht sie so aus so aus habe ich ungefähr an der Position hier seht ihr? jetzt ein paar Posters die alten reingespielt jetzt hier ja hier wo ich irgendwie immer noch geil finde Kessa so Leute, hier ist A-Comedy 21 und heute lassen wir zeigen wie man Eizigkeit stopfen kann wir nehmen erstmal das hier damit noch die so der ist ok so, so, das ist ein bisschen am Teig also ein Tablet hier geht es ok hier nur zum Beispiel da drüber oder sowas rein oder die Geräte, die abgebrochen ist und der Tablet, damit das so noch verwendbar ist könnt ihr ihn gerne hier rein und darauf eine neue Krippe wachstellen daraus einfach eine neue Krippe wachstellen es geht ganz einfach einfach einen Tabak in die Tabak-Stock-Stock-Maschine rein in die Tabak-Stock-Maschine rein in die Tabak-Stock-Maschine rein und das ist schon mindestens seit zwei Jahren schon seit ich 22 bin die Maschine und hier seht ihr wie stopft klar, jeder weiß wie das geht aber ja was ist wie挑atbar ist eher so haha ja das mal gestopft ich verwert braunmäher zum stopfen das muss immer nicht stopfen oder sein eine zigarettenhälfte mit Film da dazu weil alles und klappt wie ich jetzt mache dann wird daraus eine Güter dazu Wow, hat's gut geklappt, Leute. So sieht man noch gut, Zigaretten. Schön gestopft und ja. Seht ihr, Zigaretten. Ja, auf mich 21, sag danke und ja. Ja!